Hallo Leute! Zu einem große Informationsvideo von... den beiden da und mir. Hi. Ich bin Josch, der Einer D İnsan steht auch da. Ich sehe mich Alfred und Kucki! Gut dass man das jetzt nicht sieht, sonst wäre ich wieder für Schleichwerbung... ...gemobbt worden Achso, Musik Alfred sitzt hier! Warum sind wir hier? Wir haben eine Kleinigkeit, was ja eigentlich schon inoffiziell bekannt ist. Wir werden nämlich einen Deutschland-Roadstrip machen. Der beginnt für uns, also für mich, am 4.8., für die anderen beiden, für Cookie am 5.8. Wir sammeln sie nämlich erst dann ein. Und dann geht's für uns eine, das sieht mal doof aus, wenn man das in der Kamera zeigt, eine Schleife durch Norddeutschland, dann werden wir wieder halt bei mir zu Hause machen. Und dann geht's aber runter Richtung Süden, eventuell schauen wir Schweiz-Österreich vorbei, mal schauen, je nachdem, was sich anbietet. Und dann geht's zur Gamescom nach Köln und meine Facecam ist besser. Danke. Herzliche Machen. So, ja, dazu gibt's halt zu sagen, was wir gewisse Städte definitiv anfahren wollen, unter anderem Berlin. Wir werden in der Nähe von Wolfsburg einen Tag übernachten, weil wir bei Neo sein werden und zumindest so der Plan. Und wir werden natürlich einige, einige Tage in Köln sein für die Gamescom und dort natürlich auch, äh, haben wir uns den Freitag rausgesucht. Das war so der... Warum beendet's, warum beendet's dich jetzt wieder meine Camp? Komm zurück, Alfie! Wir brauchen dich! Ich bin wieder da! Nein! Ey! Dort werden wir am Freitag ein Treffen am Dom haben. So, nochmal Facecam. Komm rund, bleib doch mal! Josch, Josch, Georg, voll abgehoben. Wenn ihr wüsstet, was ich sehe, dann würdest du sie es auch. Josch, der Text unten stimmt gar nicht, weil der müsste echt stehen, Ross am Josch voll abgehoben. Und nicht Ispake im Handstand. Warte, 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 das lässt sich... Ah, ne, falscher Text. Da ist der Text. Komm mal bitte hier. Äh, nicht leer. So. So, jetzt war's. Das witzig ist ja. Und wir werden, äh, ja, ein paar Städte auf jeden Fall besuchen. Unter anderem, wo wir halt unsere Familie haben, die halt auch teilweise durch Deutschland verteilt ist, weil wir wohnen halt nicht überall an derselben Stelle. Wir wohnen nicht alle in Köln oder so. Eigentlich wohnen wir alle in einem Haus und alle in unterschiedlichen Wohnungen, aber das muss ja keiner wissen. Ja, richtig. Soll er auch. Hört ihr den Schall? Schall? Halt die Fresse! Man macht aber die Tür zu, jünger Alp. Nein, Mama, ich komme jetzt nicht. Aber Peter. Aber Peter. So kannst du es nicht machen. Ja, und eure Vorschläge, wo wir halt auch noch Stop machen sollten, sind gerne gesehen, weil, äh, das bietet sich natürlich an, dass, äh, wir uns dort, äh, treffen. Wir werden immer planmäßig vormittags fahren. Oh, Kamera. Danke. Äh, 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 guck, hier sitzt du! Und einfach, hui, 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 hui. Ich hab halt Spaß in meinem Leben. Warte, ich kann auch die Kamera zum Schwanken bringen, Hilfe! Alter, das ist jetzt... Ja, und, äh, wir haben einen groben Plan und ihr könnt ihn verfeinern, wenn ihr uns Großstädte in eurer Nähe sagt, weil wir wollen schon Großstädte anfahren, weil wir auch, äh, wahrscheinlich vorher in der Stadt sind, bevor ihr teilweise auch Schule Schluss habt, je nachdem, ob da bei euch Sommerferien sind oder nicht. Und, ähm, ja, dementsprechend nennt euch jetzt auch mal in die Kommentare Städte, wo wir auf jeden Fall hin sollten und da könnt ihr sich dann anbieten, dass wir uns dort treffen. Äh, fest steht für uns, für den Samstag des Starts, dass wir dort nach Braunschweig fahren. Wenn... Halt, komm jetzt mal still, Alter! Ey, nächstes Lied. Ähm... Wir fahren am Herzen... Was war das? Wir fahren am Herzen Tag nach Braunschweig, werden dort den Tag verbringen und, äh, werden dann abends bei Neo sein. Ähm, so zumindest der Plan und was dort passiert, mal schauen. Und Alfred sitzt da total dran am Schluss. Oh. Nein, ich wundere mich gerade, warum kommt die Musik aus meinem anderen Headset? Ach so. Ich so, oh, warum höre ich das nicht hier? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Dabei kommt es hier aus meinem Headset raus, was da oben liegt. So, ja, und, äh, wie gesagt, wir haben uns halt eine grobe Route überlegt. Wir haben gesagt, einmal Norden, einmal Süden und, äh, dann eine Woche grob, äh, auf der KSK sein, also in Köln sein. Und, äh, ja, ihr könnt uns Vorschläge schreiben, wie wir uns da, äh, ja, beschäftigen sollen. Ich wiederhole mich irgendwie, ne? Nee, niemals. Tu doch nicht. Nein. Warte, warte, ich muss mal kurz was ändern. Itzi-Bitzi-Tiny-Bitzi. Also ganz, ganz wichtig ist natürlich zu sagen, Josch gibt jedem, der auf der Tour mit dabei ist, dann gibt er einen Bacon aus. So, ähm, ja, wir werden natürlich, äh, ich denke, ich hab noch Armbänder, ich werde auch welche noch dabei haben. Ihr wahrscheinlich auch, ne? Äh, alle, die uns treffen, sind gerne dazu eingeladen und, äh, uns zu umarmen. Wir kriegen, ihr kriegt Bänder von uns zugeschmissen, Autogrammkarten, Kopfnuss, wenn ihr wollt. Ich auch. Und, und Bacon von Josch. Ich, so, ich kann kein Bacon, hält sich nicht so lange. Sei ruhig jetzt, sei ruhig, du gibst Bacon raus. Und von mir gibst du Küchen. Und du wirfst Küken überall in die Menge, ne? Und ich stehe da mit Keksen, oder was? Ja, ja. Kekse. Alfred, mit Eiern. Ich mein, ich weiß, ich weiß, Ustereier durch die, durch die Menge. Nein, roher bitte, roher bitte. Aber besten diese fertig gekochten aus dem Penny, die so richtig schön wehtun, wenn du seine Rübe kriegst. Ja, bitte. Usch. Ah. So, ein bisschen, so, Musik mal minimal leiser gemacht. So, ja, und das wäre eigentlich so das, was wir sagen wollten. Und irgendwie, warum hab ich das alles gesagt? Sag dir mal, was soll ich? Sag dir mal, was? Ich, ich chill jetzt hier. Wir wissen von nichts, Josch plant. Mein Name ist Hals, ich weiß von nichts. Josch zwickt uns mit dabei, in diesem Video zu sein. Wir wollen jetzt gar nicht, holt uns hier raus. Wir holt uns aus dem Keller. Bitte. Er hat gesagt, wenn ihr nicht dabei seid, dann kriegt ihr fünf Tage nichts zu essen. Ja. Oh nein. Irgendwie muss ich mir die Tümer noch finanzieren. Was ich das nicht? Bitte. Genau, schreibt auf jeden Fall fleißig in die Kommentare eure Vorschläge. Falls ihr auch irgendeine Idee habt, was man gut in der Stadt machen kann, das könnt ihr auch gerne vorschlagen, weil... Puff zählt nicht. Ja, richtig. Und eine Tittenbar auch nicht. Erstmal erniedrigend auf den Josch runtergucken. Warte, das kann ich, das kann ich bearbeiten. Guck, erniedrigend. So, dann hätten wir das auch geklärt. Erniedrigend, ich erniedrigend. Hör mal auf, ich jetzt werde ich die Tümer in Josch. Ich sag doch gar nichts mehr. Weißt du, das Allerschlimmste ist, Josch zieht dieses Video jetzt einfach in die Länge. Ähm, wie war das nochmal? Zehn Minuten muss das sein, damit Werbung perfekt geschaltet ist, ne? Ja. Gut, dass ich keine Werbung schalte. Doch, aber du schaltest die imaginär. Also das sieht gar keiner wahr. Ja. In meinem Herzen kommt dann mehr Power an, wenn ihr in ein 10 Minuten Video durchgeguckt habt. Oh, jetzt macht sie schon wieder Party. Keks, sonst geht's dir nie gut, oder? So, und wie gesagt, ihr könnt uns auf allen Plattformen schreiben, schreibt uns auf den Discord. Ihr könnt jetzt sowieso gerne auf den Discord joinen. Link steht bestimmt irgendwo in der Beschreibung. Oder auch nicht. Nein. Bei mir auch noch nicht. Schaut bei uns in den Streams rein, da gibt's auf jeden Fall. Schaut in den Streams rein, da gibt's auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wie gesagt, das steht eigentlich alles dann in den Beschreibungen. Ihr könnt auf dem Discord, ihr könnt über Twitter uns anschreiben, was ihr uns vorschlagt. Ihr könnt auf, ne, Facebook nicht. Facebook nutze ich nicht. Ähm, ihr könnt unter den Videos auf jeden Fall posten. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben, da werde ich auch nochmal ein Foto reinstellen, wo ich, äh, äh, das, äh, nachfragen werde. Und, ähm, ja. Genau, das, das ist, das ist ein sehr guter Plan. Ähm. Bestimmt, ich hab jetzt voll zugehört. Gut, dann, ähm, danke ich an dieser Stelle einfach fürs Zuschauen. Lasst ein Like bei Alfie da, der hat das Video nämlich genauso hochgeladen, falls ihr es bei mir guckt. Andersrum natürlich auch. Ihr liked das bei mir nicht, wenn ihr bei Alfie guckt. Und bis dann, Leute. Ciao, ciao. Und tschüss. 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 Und dem Leak endet es nicht.